Du möchtest Alltagsmomente in außergewöhnliche Bilder verwandeln? Kein Thema! Mit dem How-To Duplex-Effekt ist das leicht. Öffne dein Foto, wähle kreative Bearbeitungen im Modus Assistent und dann Duplex-Effekt. Wähle eine Größe aus, teste eine Vorgabe, passe dann Farben und Deckkraft an, um genau den gewünschten Look zu erhalten. Füge eine Formüberlagerung hinzu für einen modernen Touch. Fertig! Mit ein wenig Kreativität erzielst Du mit diesem Effekt tolle Ergebnisse. Probier ihn aus! Viel Spaß! Sehr cool!